so dann geht es hier wieder eins runter das muss doch hier irgendwo sein und sie haben wir bis runter nichts okay einmal blut haben wir aber unten geht es ein höher und beim letzten feld haben wir dann blut mehr war mehr ist da nicht wann wir das was endlich finden dann geht es zwei runter und da haben wir jetzt hier nichts dann haben wir knochen die ich mir erst machen muss hier ist doch irgendwo das wasser dann haben wir zweimal nichts zweimal nichts und dann kommt jetzt mich wieder eins höher kommt hier aber eine ein standlicht ein standlicht und das war es auch das war ist nur dieser kleine raum hier mehr nicht halt hat er halt ich muss laber ja noch einfüllen es war für du machst du stehst hier leider im weg im gang da kann ich da jetzt keine sicht auf dich nehmen dass du pech gehabt und unser unsere früge ist voll ja okay aber ich nehme ein laber einmal mit dann können wir das so machen okay besser so ich muss dann demnächst doch mal nach hause so für leuchtigkeit bringt das aber allerdings überhaupt gar nichts weil eben direkt davor die fackel ist ich bräuchte so ach nein das habe ich noch aber ich bräuchte weiße wolle das heißt ich habe doch noch ein slot frei sogar wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin wir gehen wieder zurück da waren wir schon jetzt gehen wir da oben weiter ok dort oben gehen wir weiter hier da haben wir hier ist tatsächlich eine mauer aber das ein spalt drin und das ist auch einmal so so aber hier hier geht es weiter nämlich 1 2 3 4 5 5 felder also 1 2 3 4 5 und daneben auch geht es genauso weiter weil eben da oben der bildschirmrand ist da komme ich leider nicht mehr weit also sehe ich leider nicht mehr weiter wo weißen jetzt und dann hier auch geht es auch nach vorne ich hoffe ich falle hier dann nirgends in die hülle darunter das wäre blöd so dann 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 habe ich hier noch nichts zu sehen ähm mal sehen das ist hier hier geht es hier ist das da dann geht es 1 hoch genau das bleibt 1 2 3 gleich 1 2 3 gleich so bis hierher und hier haben wir dann 1 2 3 4 5 2 3 4 5 5 3 3 2 3 genau und dann kommt hier eine Statue äh da Statue so das sind jetzt 2 3 und da sind es auch noch 2 Mauern also das ist eine Mauer äh das finde ich toll so dann geht es da jetzt aber 1 weiter runter so eines weiter runter das muss auch noch weg genau da haben wir dann nämlich hier ist ein fass ein großes fass wieder und da haben wir dann 12 frei 12 mehr nicht so hier ist dann natürlich auch das fass ich mache gleich mal erst mal den boden rein hier okay da ist schon ein boden so hier haben wir das fass wieder dann brauche ein bisschen holz und wieder so frei und dann noch mal das ganze okay ich glaube wir sind jetzt von der höhle weg ich hätte fast ein loch eingebaut und da haben wir hier ist ein gemälde aber kein so kleines wenn so kleines auch kein so lang ist kein so lang ist habe ich gesagt und kein kleines ja so eines möchte ich dann hier weiter aber nur so geht es nämlich ein zweiter runter dann noch mal aber da oben ist ein spalt und hier ist eine fackel so dann noch mal das ganze schleicht sich da einfach ein kripper daher man ich habe doch so lange gebraucht das sind zu kriegen soll noch mal das ganze und kann überhaupt her keine ahnung das ist schon der zweite krippe der in diese aufnahme explodiert kann doch nicht wahr sein naja dann geht es hier eins höher und da wird zwei höher also bis hierher dann geht es da 12 höher 12 also hier rein und da haben wir dann 1234 also 1 2 3 4 5 6 also 1 2 3 4 5 fast ein zombie noch mehr monster ich höre eine spinne das kommt so weg das kommt weg das hat keinen platz mehr äh was wollte ich machen ich brauchte ah genau ich brauche eine neue spitzsacke so das passt jetzt aber so alles genau der hier müsste noch rein aber naja rüstung geht auch noch neue spitzsacke wir müssen dann demnächst mal nach hause und zwar möglichst bevor wir voll werden ansonsten kann ich es ja nicht mitnehmen so mehr sehe ich jetzt nicht also einfach weiter sehen wo gehe ich hin nach oben oder nach links ich gehe zuerst nach oben und das ist auch schon eine falle also ich gehe zuerst da entlang also ich gehe zuerst da entlang so da haben wir perfekt das ist nämlich genau hier hier geht's ja ok holen wir uns das zeug erst mal ich müsste hier nämlich eigentlich weiter bauen aber das geht ja so nicht ich müsste nämlich jetzt eigentlich was drauf stellen und mit solchen lex geht das aber auch nicht so ich habe gerade laba durch blitzen sehen das könnte gefährlich werden oh lapis lazuli so ein eisenerz dann habe ich hier jetzt alles bis auf das lapis lazuli oh noch mehr ok dann machen wir hier mal ein bisschen dicht zack 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 da komme ich hoch ok hier komme ich glaube ich mit dem boden noch durch deshalb lasse ich das mal vorerst hier weiß ich nämlich komme ich definitiv hoch weil hier nämlich wo da hat sich das mausrad wieder war nicht richtig eingereinkt und hat sich noch mal bewegt hier kommt ein fassen ich hätte jetzt fast unseren feuerschutztank getrunken und dann haben wir eins zwei frei eins zwei frei und dann haben wir eins zwei mal blut eins zwei mal blut da dann kommt einmal knochen da haben wir auch nicht mehr sehr viele dann reparieren wir mal kurz und dann kommt einmal frei und dann sehe ich zwar dass das hier eine mauer ist aber ich sehe noch nicht ob da vielleicht was drauf ist oder so hier haben wir dann da geht eins weiter nach oben also hier rein da haben wir frei dann ist hier ein teller dann haben wir eins frei dann haben wir einmal blut hier ist auch ein geheimgang und einmal knochen und dann war es das das ist eine mauer ja ich warte noch okay dann geht es hier weiter hier haben wir eine falle hier haben wir knallhart eine falle dann eins zwei frei eins zwei frei ich habe keinen stein mehr den muss ich dann noch holen dann kommt ein stein dann zweimal blut zweimal blut zweimal blut und dann einmal frei mehr sehe ich noch nicht so richtig was haben wir hier hier kommt bis zum stein gar nichts so bis neben den stein also bis hier nichts und jetzt bräuchte ich aber stein da oben an der decke war eh nichts oder nein wir sind sogar schon fast level 31 wir bräuchten 33 damit wir zweimal verzaubern könnten so ich brauche stein dann kann der hier da bleiben dass das auch weg kohle hatten wir nur so wenig kohle okay gut dann wird es zeit dass jemand auch mal was ein bisschen nicht kommt kommt hier licht ja da vorne kommt da mal licht so dann haben wir ein zweimal blut 1 2 mal blut und dann einmal frei mehr sehe ich nicht holen wir uns gleich mal das eisenerz so geil wir haben richtig viel eisenerz heute wieder ok dann haben wir hier wieder bis zum stein nichts also bis hierher nichts dann haben wir einmal blut und dann haben wir den ersten teil eines brunnens eines brunnen ach das ist das falsche und ich wundere mich schon die ganze zeit worum es nicht geht so eisenerz gehört auch uns kommen wir hier beim stein kommen wir wieder rein und hier kommt jetzt das licht was ich euch versprochen habe nehme ich ein standlicht viel angenehmer viel angenehmer so haben wir jetzt 1 2 frei und dann kommt der brunnen und mehr mehr sehe ich halt leider noch nicht so dann geht es 1 nach oben na was ist denn mit den lecks heute los richtig schlimm fast schon und dann haben wir 1 2 3 1 2 3 dann nochmal 1 2 3 bis hierher bis hierher dann haben wir hier ein kristall kristall und 2 3 bis hier Nick bis hierher bis hier bis hier